Die großen Möbel, die die großen Karten, die wir einbeziehen, wenn sie gewöhnt sind, die wir einbeziehen, dann geht das schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Ratte hat er bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt rennen die. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das heißt, einfache Übungen und auch das perfekte Anfassen, denn man denkt immer, Robben lassen sich im Zoo sowieso anfassen, das stimmt gar nicht. Auch das müssen sie lernen und dann vielleicht immer, warum trainieren wir die Tiere ganz einfach. Das sind die Tiere medizinische Dinge, wo für uns ganz wichtig ist, zum Beispiel mach mal du den Mund auf, Tanja mach mal den Mund auf, Zahnkontrolle. Das Tier hat das Tier hat das Tier hat dann nicht alles wieder vergessen, das Tier hat das Tier hat in der Zeit, das Tier hat in der Zeit dann nicht alles wieder vergessen. Und das Tier hat dann nicht alles wieder, das Tier hat in der Zeit, das Tier hat in der Zeit, das Tier hat in der Zeit, das Tier hat in der Zeit dann nicht alles wieder vergessen. dann wissen die Bescheid und manchmal bleiben die noch sitzen und Blödsinn machen oder einfach vom Körper her noch zu klein sind. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018